2 6 der Bonus drin und so weiter so wieder mal ganz schnell speichern kurz ganz ehrlich ihr habt gesehen was passiert wenn ich sterbe da würde ich lieber mit diesem Spielstand obwohl kann ich dann den Laden wo ich hier gerade aufhört habe ich denke mal bis mal ich hoffe mal dass das auch so als Checkpoint da ist so wo muss die letzte Woche hier so was kommt jetzt so einer schon wieder den haben wir jetzt freigeschaltet ok HP Bonus 70 mehr sehr schön ähm kurz hier so speichern brauchen wir jetzt nicht äh guck mal her fuck ich wollte gerade sagen ich muss hier weg aber das ging jetzt nicht mehr was 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 bekommen gucken wir uns jetzt mal an aber ich glaube den werden wir nicht mitnehmen auf jeden fall werden wir uns noch mal schnell hier nein wir wollen nicht speichern customer also eine passivfähigkeit oder wie nee da ist er doch ich bin blind ich glaube ich finde die beiden kombinationen besser mit dem angriff sachen na gut dann bleibt der hallo ich kann nichts machen jetzt können wir und wo kann und guten nachbarn freundchen wir haben eigentlich von ap 603 chance geben gar nicht mal so wenig ach das war noch eine hand hinter nein das war wieder dumm wir haben wieder bei dem anrufen und er kommt direkt auf uns zu töten würde die stelle abhütte die halt das war schon drei auf kann man mir hier führte sehr schön die 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 Ich bin schon mal ein paar Leute aus dem Weg. Die 2 von Loth-Kol und Theo sind von Blüün-Hill. Fobos, Bob und Hassan sind 2 von der Schreie. Alexei, Chris und Schiaomin sind 3 von Draco. Ich bin noch ein paar Schreie. Herr, ich will kurz kurz. Blüün-Hill ist ein kleines Schreie-Modifizier. Draco ist ein sehr langfristiges Schreie. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Geht! Ja, das war's mit dieser Mission, die nächste wurde unlockt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in Spielen so ist, aber wenn ich mit der PSP im Hauptmenü bin, und, ähm, bevor ich das Spiel starte, wie gesagt, ich mach das ja wirklich über den Original-PSP, ich grabbe die ja wirklich ab. Das ist also kein Emulator, den ihr hier seht, das ist wirklich meine PSP. Okay, ähm, das hab ich aber nur mit diesem Kabel, und zwar wird die Farbe Rot nicht richtig übertragen. Keine Ahnung, warum, ob das Kabel vielleicht... So, sorry, wegen diesem, ich sag jetzt mal Cut, aber, ähm, Ava Media hat wieder das Dings gemacht, ähm, dieses, also nicht Ava Media, also doch Ava Media hat dieses No-Signal gemacht und dann wieder da. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich am erzählen war, muss ich jetzt zugeben. Achso, ja, die rote Farbe ist so ein bisschen defekt bei mir, ich weiß nicht, ob es am Kabel liegt oder sonst was. Wie gesagt, hab ich jetzt auch nur hier bei der Übertragung, weil bei Blackhawk Shooter ist jetzt sowieso nicht ganz so tragisch. Ich hab's nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen. Entschuldigung. Ich bin auch nicht geholfen. Ich hab's nicht geholfen. Achso. Was ist es? Ich denke, ich hab's nicht geholfen. Ich habe das Gefühl. Ich hab's nicht geholfen. Die Operation heißt es Tidy-Ho. Was einfach bedeutet los jetzt. Okay, und wieder aufs Bike. Und fahren wir los. Tragen wir da Ringe am Hals? Dein Ring? Also wir haben auf jeden Fall eine Kette. Und wieder mal mit dem Motorrad. Die letzte Strecke. What the fuck. Jetzt kommen diese Warrior-Viecher auch noch. Diese... Einfach ausweichen erstmal. Scheiß aufs Zerstören. Autsch, Autsch. Boah, ich hasse es. Oh Gott, ich hab geschlafen. Ich hab grad links auf die Anzeige geguckt. Okay, mal rein. So. Alter. Und ich natürlich auch noch. Voll rein. Die Wespen kann man leider nur kaputt schießen. Also dafür muss man auf jeden Fall diese... ...vielmal fertig haben. Was ist los? Irgendwas cooles. Er hat irgendwas cooles gefunden. Ich bin hier mal gespannt, was er gefunden hat. WTF. Okay. Wie ihr meint. Hier rechts fühle ich mich aber relativ sicher momentan. Also ich hab das Gefühl, rechts haben die meisten keine Lust drauf. Die Rollen... Was? Den hab ich doch wohl geschlitzt. Ernsthaft. Wow. So. Nein. Wow. Alter. Speed. Es wird eng. Im Schattel-Dinemark. Ah, scheiße. Ich wollte den grad kaputt schießen. Jetzt kommt natürlich nichts. Wie ist der da wie? Ah, nach Kram noch. Super. So. Die Hälfte haben wir erst. Um die Hälfte AP haben wir aber schon verloren. Guck gesagt. Ich hab grad wieder getroffen. Ne, ich komm nicht. So, ausweichen. Reinfahren. Ausweichen. Reinfahren. Das ist natürlich gepfart, Leute. Ich will das spannend machen für euch. Keine Sorge. Ist nicht so, als wäre ich schlecht. PSS-Call. Dorako. Beleichtschuung. 20 Uhr. Entschuldigung. Ich habe den Dschuldigung. Ich habe jetzt nicht in den Aiding-Müchen. Aber es ist Loth-Call. Nein, das ist okay. Ich habe alles gut. Ich habe die Rede. Entschuldigung. Ich habe den Dschuldigung. Ich habe den Dschuldigung. Ich habe den Dschuldigung. Ich werde sofort gehen. Ich bin auch die Wolken. ja mori erneut also die drei kürze nicht richtig verstanden habe im transportschiff also transportflugzeug wenn ich das richtig verstanden habe wenn es ja gleich genauer sehen stimmt mal hier denn hierhin hier wieder hierhin wir auch hierhin wo der letzte hatte keine lust nach der reihe zu tanzen das war ich mich einfach durch aber nicht durchgehen wir sind eine kaputte straße was gibt es dazu pippen keine ahnung okay er ist beim anna und bei einem anderen chef Dass er unbedingt halten soll Denn der Chef klang nicht sonderlich begeistert davon Wenn das kaputt gehen sollte Ich fahr da fast rein So Glück durch Die Mission Time ist zu lange Aber wir müssen es eigentlich auch gleich geschafft haben Auf jeden Fall nervt diese Gepiepe Okay wir haben jetzt einen neuen Support Skill Freigeschaltet dadurch dass wir jetzt alle drei Bike Missionen Mit irgendwas abgeschossen haben Ja deswegen sieht das nicht mehr sonderlich zu gebrochen aus Ja du hast ja gerade im Endeffekt auch eine Rauchgranate geschmissen Äh was Falsches Menü Customize Äh Wo ist denn das neue Ding jetzt Oder haben wir es nicht geschafft Wir haben ihn nicht geschafft Wir haben ihn nicht geschafft Jetzt verstehe ich es Wo ist denn der Hä Da der Das hätten wir schaffen müssen ohne Schaden zu kriegen Also wir hätten alle drei Naja Fahrzeugabschlitte Ohne einmal Schaden zu kriegen schaffen müssen Klingt relativ hart Aber man bekommt dafür halt auch was Gutes Obwohl es war ein Support Skill oder War da passiv oder aktiv Ich glaube aktiv sind Support Skills So ne Das heißt wir könnten wahrscheinlich für eine Zeit lang Dann schießen Ohne Hits zu bekommen Was sind viele Und weg damit So Angelegen bitte Zeig dich Der rennt jetzt Autsch Da hat er einmal getroffen Aber das war es jetzt schon Puh Oh Gott Ich will jetzt nicht jede Linie durchgehen Einfach Jetzt kommt zwei Hände Und danach kommt so ein riesen Mutterschiff Oder was ich sagen sollte Nein Nicht den Egal So Jetzt ist er weg Nochmal gehielt So wie es auch sah Das kommt so ein riesen Schiff Oder was das ist Okay für mich würde es eher aussehen Wie eine Mauer Aber gut Wir werden es ja jetzt sehen So den 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 Stierb einfach Und dann